b und da draußen ja und dann wieder anstatt hierzu willkommen zu beklagen so wir sind immer noch in dem haus und die kommen damit uns wieder auf die eierwink für scherze und halbwegs gute musik der ganz schnell hin und schnell auf den Tagern schnell Kohl waren um ein 50 was ein bisschen ein bisschen gut ist aber nur ein bisschen und machen sich schnell warum nur einmal wo man mit dem und in die Probeinigung oder muss ich sagen nach dem Fall 11 Leute den Bauer und können damit jetzt arbeiten gehen aber wenn er so ein Feld ich mache mir jetzt mal ein richtig geilen Gang wo ich auch meine wertvollen Schatzkisten verstecken kann und um jetzt nur ein bisschen schneller mit dem Bohr aber nun verträgt wie langsamer aber wie ihr seht es geht ein bisschen schneller als vorher so minimal schneller als vorher fett gut schnell der Stein kaputt macht und ich kann gerade noch umkämpfen ja der Bohr gefällt mir doch ganz gut eh weg so schön hier die ganze Scheiße abbauen was war die andere von mir? Ich hab die Bohrer an der Hand ja und damit mach ich euch kaputt hier ja so was willst du da umh was willst du da umh was willst du da umh so jetzt schmeißen wir gerade mal einiges raus ich muss mal aufschmeißen da auf Dreck ein bisschen Holz ein bisschen davon starre Bälle steine starre Bälle steine tote Monster steine steine und sauber und jetzt machen wir hier unten was äh dafür müssen wir erstmal kurz hochgehen schubidu 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 oh Jack ist fast hoch nach wegen dir soo wir gehen jetzt hier schnell zum Crafting Scheiß und gucken wir uns ob wir uns da Blöcke rausmachen können soo obisienziegel ne ich wollte eigentlich aus diesem anderen Scheißziegel machen hä aus diesem Perlenstein Perlenstein kann platziert werden Material er macht mir nur obsidienziegel warum kann ich nicht warte mal mit dem schwabbeln jo Digga herstellen äh 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 da Perlensteinziegel Schmelzofen hä was frag ich denn noch Perl Sandblöcke brauche ich das hier noch Scheiße Perl Sandblöcke wo finden wir Perl Sandblöcke wir gucken mal lol Polo hat äh Corruption überfallen da ist dann da ist Metorik gelandet sag mal da ist eine Wüste und irgendwo hier hinten ist auch eine Wüste irgendwo da okay so warte mal wir hatten ja irgendjemand was verkauft mit Heiligem Wasser irgendwie sowas Geschäft heilige Saat rein in den Pulver rein in die das Verderben Grafsaat nein da war irgendwas mit heiliges Wasser oder so das kann man doch irgendwie machen nun war das heiliges Wasser ja ja herstellen ich könnte irgendwie heiliges Wasser machen das eine ne irgendwie nicht komisch sehr komisch irgendwie gegen heiliges Wasser das weiß ich noch Frage ist wie ich weiß es grad nicht mehr egal wir laufen jetzt grad mal hoppa Richtung der Wüste warum wir das machen weil ich gucken will ob man in der Corruption wenn man da Feinde im Untergrund tötet ob man da töten kann sag's mir ob man da sag's mir ob man da sehe dass der Finternet so wie sie heißen kriegen kann und dann weiß ich auf jeden Fall wo man die Seelen schon mal kriegt so hui so aber da da ist ein Maxi Fresser nee ich will aber hier runter so das ist der Untergrund jetzt sind hier so komisch giftiger Schleim die geben aber noch nix scheinbar ok gehen wir mal weiter runter gehen wir mal weiter runter da ein Gräber mhm hä ganz ehrlich das geht mittlerweile hier ah da ist auch noch n Ding ah hört ihr die Musik hier ist andere Musik ich glaub das hat was zu heißen so jetzt gehen wir hier noch rein zerstören hier noch dieses eine neue Ding hier in unsere Welt wieder mit irgendwas geplässt wird so jetzt gehen wir hier noch rein ich schaue alle man tief gesegnet ok aber irgendwann komischer Gegner nämlich extrem betroffen war oh nein oh nein 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 alter ich würde zu starken Gegner ja super du wurdest getötet boi echt jetzt hier was neues ich will mal wissen was dieses pulver bringt reden mit mir der nater status like horse ist zu 2% geheiligt und zu 7 verderb streng nicht mehr an ok reinigungspulver reinigungspulver also 20 stück wenn man das bringt reinigt das verderben die meine damit doch bestimmt corruption ähm ja eigentlich wollte ich das machen damit kann ich ja jetzt nicht machen weil das total behindert ist wenn man es hat wenn man auch entstehen machen wir jetzt er hätte mir 13 Jahre für so tun ihr sterben so alles rein weil nicht okay und der schön wenn wir wieder platz können wir schönen Sachen sammeln gehen keine Angst wird aufgebaut wird es gern in Perl Steinblöcken den Dönes machen aber ja so Pulver Krupp 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 Flieger auch nervt mich eine Zeit für sich bezockt Krupp 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 so entgeございます mit ihnen Krupp 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 Morumm Krupp 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 alles gesegnet das heißt es werden jetzt noch mehr Materialien irgendwo sein ich vergesse es immer mich auch bei der Nurse zu heilen und so'n Scheiß Och Jaina Och, Alter, ich hab' nichts zu tun oder was? als in meinem Haus rum zu gammeln und mich zu nerven Scheiß Goblin-Armee braucht kein Mensch gehen wir mal an unseren Weg hier wieder runter in der Hoffnung Hoffnung mit Riffin da war, da war, da war was, da war was, da war irgendwas, warte Kobalt wär pissig von mir, ganz ehrlich wär pissig von mir mein Gott, die sind auch stärker geworden beim Atmen, kann das sein? weil irgendwie die zacken voll viel ich hab's da Wasserwandel gemacht, dass ich gar nicht mehr sehe sehr super ja ich mag mal sagen, mit dem Bohrer geht es alles um einiges schneller so da hier mal machen wir mit dem Bohrer einfach alles kaputt äh ne 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 neue sachen zu finden wir müssen jetzt ausschau halten nach mitte ich nehme das neue was wir brauchen ui ui ok also es ist auf jeden fall ein bisschen mehr aufgetaucht wie ihr vielleicht merkt so ein bisschen mehr kobalerz eine wir können uns fast schon hier die komplette rüstung weit machen wenn es so weiter geht sehr voll krank ich bräuchte einen besseren zauber und einen geilen zauber bräuchte ich was war das gerade eben lederstrahlen bauchfüßler sind das ohne riesenfledermaus ein bauchfüßler das ist lederstrahlen in der Nähe der hier vom anderen nun ist nicht alle zehn stück das war schon alle nur noch zwei scherben finden und zehn Prozent dunkelheit und haben wir das ja ich habe gemerkt die leute dass ich wieder fast gestorben nein toll toll die leute wir haben also nur ein bisschen kobald geerntet sonst nichts der Part ist ja echt ey man kann sich kobaltziegel machen 26 kobaltziegel kobaltziegel man ok dann machen wir hier unten ein fettes kobalthaus hin ziegel haben wir jetzt schon mal wir haben doch noch kobalt und dann machen wir dann auch noch einen stein ab das ist ja kein problem oh nein der ist tot das wollte ich nicht neun steinblöcke so wie wir sie brauchen wenn wir aus dem Rest noch paar Ziegel bauen können ähm da 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 kobaltziegel 233 156 kobaltziegel egal für den Anfang reicht's um hier so eine kleine Schatzkammer zu machen so kobaltziegelwand nach oben haben wir nur 20 stück hier aber wenn einfach reicht's hey wow hey so sterb jetzt denken wirten viele so öh warum machst du so sinnlos kobalt warum machst du so sinnlos kobalt ja keine Ahnung warum ach komm jetzt sterb ich hab keinen Bock mehr auf euch ihr seid eine scheiße im Spiel so jetzt bin ich aber hier mit ihm und dann haben wir hier die ähm nein da muss ich aber hier so einen Streifen nach unten machen damit ich äh nein das wollte ich gar nicht yeah lieben Leute der Hammer ist zwar gut in dem ich hier die ganze Kacke abmachen hier aber irgendwie ja ja egal mach ich einfach alles kaputt wenn's gar nichts zu tun hier ist doch kein Mensch mehr in den Scheiß oh ich kann hier nicht kaputt machen weil das stimmt sondern größer hier und unbekundert 2 und sie heute hier die scheiß die Mucke die nerven mich ja jetzt komm ich meine uns etwas toppen würden ok aber die klappen am gar nicht oder die am scheißen und keiner will ja der Hammer so so die macht ja nicht ab ich hab die Kiste dahin ach ne ich hab mich nicht so weil wir können hier ja Kobalt machen warum machen wir das? Weil wir das bitter nötig haben was ein extremer Abfucker ist was ein extremer Abfucker ist wenn die hier unten immer kommt ja so das reicht müsste aber wenn ich den Kobalt finden machen wir das Räumchen hier fertig und dann klappt das so ja was willst du das ist mein kleines Kobalt Haus hier guck mal was keine andere Leute machen sich die Dings aus ne der Konsumore macht sich direkt ein Kobalt Haus und tötet hier ein paar behinderte Scheiß das ist mein Koblenz Team er fliegt aus dem ich sag gehen ach das ist meine alte Höhle hier gell wo ich von der Höhle gehe stimmt meine alte Höhle ist auch schwer ich komme gleich wieder auf unsere Höhle hier runter gehen ich komme gleich wieder auf unsere Höhle hier runter gehen noch mehr Kobalt mein lieben Leutchen und am besten noch Mithril Mithril das wäre Bär warte 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 ist das Mithril Mithril erz ok 3 Stück mh na so entweder ist das alles Mithril oder das ist Kobalt mh egal Mithril findet man irgendwie voll wenig nur aber ich kann nicht wie der Bohrer von Mithril würde wenn der dann auch Bäm sein wenn der dann noch schneller an so ich finde nur Kobalt krass ich finde keinen Mithril irgendwie und ich muss wieder aufpassen weil hier die Gegner sind die mir mit paar Schlägen den Arsch mh ja ja das ist total super duper toll oh man viel Söder Mithril genau deswegen spiele ich das Spiel so hier ist ein Skelettbogen merke mich da ist ein Mithril oh ja kann man sein Skelett verpiss dich dahin ist ganz viel Mithril hab ich gesehen komm fall da runter etwas verdient Mithril 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 und hm um gold wir finden so mir behinderten rosa Power Ranger auf Drohnen, ey, pisst euch doch mal jetzt, 1, 2, 1, oh, er ist jetzt wieder runter gefallen, und halt, ich kriege nichts von ihm, oh, er wird wieder hochgeportet, okay, nein, jetzt ist er wieder oben, Uff, alter, könnt ihr mal weg von mir gehen, allesamt hier, und ich brauch keinen Menschen, ja, komm, komm her, 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 der machte, so, let's go, die geht mit mit morgens ab péken, und so die neue Länge wieder vorwärts die Stadt der wird mal wieder weil wir jetzt wieder von den Gästen Prozent die Weg und das dann das dann das dann ist dann das dann können also diese komischen blöcke darauf machen ok wir bauen noch Sand ab das ist Sand gell? ja das ist Sand fett per Sandblock ja hier komm bleibt jetzt da wo ihr seid genau so verpiss dich und ich brauche jetzt noch mehr Per Sandblöcke jetzt frage ich mich ob sich diese holo 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 scheiß auch verbreitet weil wenn nicht tun wir jetzt einfach mal diese Sandblöcke nicht verarbeiten sondern tun wir mal einfach in die Wüste irgendwo hinsetzen so ich brauche jetzt noch schnell mit ein bisschen Dämonenstil ich habe etwas zu tun ich stehe jetzt mal gerade rum so dann bleibe ich immer stehen und würde es sagen für den Part wenn euch die Part gefallen hat Daumen hoch wenn nicht Daumen runter wenn es gesagt kommentieren und wie gesagt also würde ich sagen haut rein und bis zum nächsten Part euer Kollege Monzo und vergesst nicht Facebook und vergesst nicht Facebook wie die apoyo ich jetzt bin jetzt glaube ich ich habe Videobes auf das rotate